Wir haben den in Deutschland produzierten multifunktionalen Staubsauger mit Wasserfilter Vivenso aus dem Hause ProAqua International getestet. Dem hochwertig verarbeiteten Staubsauger dienen 2,5 bis 3 Liter Wasser als Filtermedium. Der volle Wasserbehälter lässt sich bequem am breitgestalteten Griff transportieren. Vor der Inbetriebnahme wird er auf dem Fahrgestell positioniert und anschließend mit dem Motorkopf verschlossen. Das rund 7 Meter lange Netzkabel wird manuell abgewickelt und erlaubt im Zusammenspiel mit den weiteren Komponenten einen großen Aktionsradius von 11 Metern. Im Handumdrehen ist der Saugschlauch an den Frontanschlussstutzen angeschlossen. Die mit Magneten versehene Abdeckung kann am Heck positioniert werden. Im Saugbetrieb wird die Leistungseinstellung CLEAN genutzt. Mit der spielend umschaltbaren Bodendüse lassen sich Hart- und Teppichböden schnell und sorgfältig säubern. Der Nebenluftregler bietet Abhilfe, wenn sich der Staubsauger einmal festgesaugt hat. Flink und wendig folgt der auf vier Rädern rollende Staubsauger dem Anwender. Das Staubsaugen unter Möbeln gelingt dank der geringen Düsenhöhe mühelos. Und mit der Vogendüse werden auch kleinste Zwischenräume schnell vom Schmutz befreit. Die Polsterdüse zeichnete sich durch eine exzellente Saugleistung aus. Mit ihr ließ sich der gesamte Schmutz in einem Mal aufnehmen. Auf der höchsten Leistungsstufe WET können zusammen mit der Polsterdüse, deren Bürsten sich kurzerhand abnehmen lassen, auch Flüssigkeiten aufgenommen werden. Am Heck befindet sich ein zweiter Anschlussstutzen, der vornehmlich für den Blasbetrieb genutzt wird. Bequem lässt sich das Teleskoprohr von 57,5 cm auf bis zu 95 cm verlängern. Die Blasleistung ist so stark, dass sich mit ihr auch größere Mengen gröberen Staubes entfernen lassen. Saugschlauch und Netzkabel der optional erhältlichen Elektrodüse mit Licht sind kinderleicht anzuschließen. Die Elektrodüse befördert mit ihren rotierenden Bürsten auch tiefsitzenden Schmutz an die Oberfläche. Eindrucksvoll war etwa zu sehen, wie viel Schmutz bei der Reinigung einer durchschnittlichen Matratze anfiel. Der Staubsauger dient auch der Lufthygiene, indem er in der Raumluft zirkulierenden Staub ins Wasser leitet. Der Separator am Unterboden des Motorkopfes sorgt für die starke Saugleistung und Aufwirbelung des Wassers. Nach der Reinigung von Böden, Mobiliar und der Luft selbst stellte sich das Wasser mit erheblicher Trübung dar. Der Separator am Boden des Motorkopfes kann im Handumdrehen mit dem Reinigungsschlüssel demontiert und gereinigt werden. Das Schmutzwasser lässt sich, ohne dass dabei wieder Staub in die Luft abgegeben werden könnte, in den Abfluss gießen. Anschließend ist der Wasserbehälter mit einem Mikrofasertuch abzutrocknen. Restfeuchte kann in der Trocknungsstellung entweichen. In dieser ruht der Motorkopf auf dem Griff des Wasserbehälters. Dies gewährleistet eine gleichmäßige Luftzirkulation und verhindert so auch die Entstehung von Gerüchen. Der WVENSO von ProAqua International ist ein multifunktionaler Staubsauger mit Wasserfilter, der vor allem durch eine angenehme Handhabung, sehr gute Reinigungsleistungen und größte Hygiene besticht. Deshalb zeichnet Ihnen das ETM Testmagazin verdientermaßen mit der Bestnote sehr gut aus.